Hallihallo und herzlich willkommen bei einem kleinen Gameplay, also Let's Show, zu Mountainblade Warband mit dem Floris Mod. Ja, ich habe vor einem Monat ungefähr ein Let's Play vom Floris Mod gemacht und das ist die Fortsetzung. Ich habe ein bisschen gespielt und habe dann die Ehre bekommen, sich das Warten anzuschließen. Jetzt bin ich Vassal und kann mir hier einen Banner aussuchen und ich habe mich schon eigentlich entschieden. Ah, das ist auch sehr schön. Aber ich möchte rot, schwarz und blau, glaube ich. Und wo ist das Banner jetzt? Wo ist man? Wo ist das jetzt schon wieder? Es sind so viele Banner, aber alle sind nicht ganz so schön für mich. Aber das Schönste, habe ich mir ausgesucht, ist irgendwo hier. Tja. Da, dieses. So. Und wir sind hier gerade am Dirim zurückerobern. Wollen eigentlich diesen Trupp hier angreifen? So, jetzt. Komm. Ich habe starke Truppen. Oh. Okay. Der Sold ist jetzt momentan groß, aber ich weiß jetzt nicht, wieso er so groß ist. Vor allem kämpfen wir mal gegen diesen Rotzfrechen. Ja, okay. Der ist ein bisschen zu schnell, also er ist gleich schnell wie ich und das nervt ein bisschen. Oh, Weegir, oh. So will Weegir auch noch kämpfen. Ja, jetzt. Jetzt greift sie an. Jetzt greift sie an. Komm. Schließt euch den nächsten Angriff an. Uff. Uff, 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 uff. Ich sehe überhaupt nichts. Weg da. Die treffen kann ich scheinbar auch nicht. Mann, das ist schlimm. Der ist abgetroffen. Ah, ich weiß nicht. Weiß ihn halt nicht. Ja, ich habe mir einen Plattenpanzer gekauft und einen Flügelhelm aus dem Schuhe, Handschuhe, alles mögliche. Darum habe ich überhaupt nur 16.000. Ich hatte mal 45.000. Und jetzt habe ich alles mich komplett ausgerüstet. Richtig genial. Kommt, grüpp, macht. Oh Mann, diese Schlacht werden wir noch verlieren, wenn ihr so weiter macht. Dieser Belagerungsturm, der ist so langsam. Wir warten jetzt einfach, bis die meisten oben sind und wir eigentlich mühelos nach oben kommen. Und danach schnetzeln wir los. Also wir können 20, 30 sicher kehren, wenn wir gut freie Bahn haben. Freisassen-Schütze. Aha. Okay, jetzt geht's los. Ja, jetzt sind nicht mehr viele da. Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen weiter nach vorne und greife mal so einen der Schützen an. Ja, die Gra... Also, ich sehe nicht ganz genau, wo ich zielen muss. Das war nicht ich. Okay, wir schaffen es locker. Deshalb gehen wir jetzt mit. Damit wir noch einen finden. Der... Der wir killen können. So. Ja, es sind nur noch sehr wenig. Ich gehe, glaube ich, nach rechts. Die meisten gehen nämlich mal links. Ach, komm. Äh. Schieb mich nicht auf die Seite. Ich mag das nicht. Das Herumgeschoben. Hier wird nur noch herumgeschoben. Ach, komm. Komm schon. Ja, wir müssen hier durch. Ja, ich weiß nicht, dass wir hier durch müssen. Okay, jetzt ist nur noch links. Da sind ein paar Gegner. Äh. 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 Ja, die anderen können vorbei, aber ich nicht. Ach, komm schon. Oh, fallen wir noch runter? Ich bin auch noch ein paar. Das ist unfair. Äh. Schade hier. Auf die 10 können wir auch nicht. Sonst könnten wir mit Broken Room treffen. Aber es geht leider nicht. So, jetzt. 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 Ja, ja. Jetzt. Ich will auch noch ein paar. Kommt schon. Boah, ist das schlimm. Ich blute ja. Nein, das ist ja nicht mein Blut. Gut. Da kann ich weiter schnitzen. Und hopp. Oh Gott. Oh, shee. Ich bin im Blutrausch gewischen. Jetzt ist mein Helm schmutzig. Das geht mir auch gar nicht. So. Boah, ist das laut. Gut, von uns ist es nur ein paar verwundet, okay? Na? Ehe Beziehung mit König Harlaus ist von 2 auf 4 gestiegen. Und vom Cargo 7 auf 8. Von Tretia 1 bis 3. Und den Rest habe ich nicht gesehen. Aha. Rochabart. Von 0 auf 1. So. Dann. Gehen wir mal in die Burg. Na, wer ist hier Süßes? Ara die Beperlte. Ah, Beperlte. Mein Name lautet das unten so. Aha. Nein, das möchte ich nicht. Eine Frau, die zum König werden kann, okay. Oder zur Königin eher. Wir verkaufen unseren Schrott. So. Und jetzt, will ich noch kurz schauen, was im Rüstungshändler ist. Ich brauche nämlich bessere Beinschienen und so. Hm. 49. Ja, ist nicht so gut. Pferd möchte ich mal ein Gutes haben. Aber schaut, die sind sehr langsam. 10 Gesundheit. Nein. 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 Nein, nicht hier rein. Die Schenke möchte ich noch kurz. Das sind Bauersfrauen. Das sind Bauersfrauen. Ich will jetzt nicht mehr in meinem Trupp haben. So. Außerdem haben wir Tosch da. Das ist unser Dörfchen jetzt. Und das müssen wir jetzt ein bisschen verteidigen können. Ich möchte gerne noch zum Horingoth gehen. Nein, zum Tretian. Ich höre, ihr habt unseren Fürst König Halle aus die Treue geschworen ausgezeichnet. Ich bin sicher, dass ihr und ich sehr gute Freunde werden. Aber denkt immer daran, wenn ihr uns zu verraten gedenkt, so wird es der grösste Fehler sein, den ihr gemacht haben werdet. Ja, ja. Ihr sollt das Lehren von dir im Erhalten. Ruch gepackt. Ich würde euch sagen, wenn ich unterstütze. Nein, ich würde nicht unterstützen. Ich würde nicht raten, wenn ich unterstütze. Nehmen wir hier. Okay. Nein, das werde ich nicht. Ausbildungsaufträge sind immer scheiße. Sozusagen. Ich habe mir die Reisfarben, also ich habe nur von Swati die Reisfarben ein bisschen dunkler gemacht. Die sind mir ein bisschen auf den Geist gegangen, so hell. Und deshalb, ja, habe ich das Macker-Ding. So, ein Tosch da möchte ich kurz. Ja, okay, muss ich jetzt gleich nicht machen. Ich will lieber den folgen. Vielleicht greifen sie nämlich den Trupp an hier. Ah, hier ist er. Komm. Wir wollen den Trupp hier noch beseitigen, bevor etwas Böses geschieht. Bis sie etwas Böses machen. So, die sind immer noch ein bisschen zu... Ja, die sind noch zu schnell. Ah, haben wir ein schönes Wappen. So, Tosch da beschützen. Oder... Ich habe leider einen Auftrag. Ein Brauen. Ich habe leider einen Auftrag, aber den kann ich nicht machen, weil wir mit Dingen im Krieg sind. Mit Kanadkergen im Krieg sind. So, okay, toll. Dann gehen wir mal nach Braben. Kann ich nach König Halios folgen einfach. Ein Kamer. Aha. Okay. Ich habe eine Kamera. Ein Ding. Was, DIRIM wird wieder belagert. Ich werde nicht vergessen, wie wir zusammen DIRIM einnahmen. Es war mir eine Ehre, an ihrer Seite gekämpft zu haben. Wer sollte an sich nach das Lehren von DIRIM erhalten? Ich unterstütze ich selbst. Ich werde euch sagen, wenn ich unterstütze. Ich werde euch unterstützen. Das ist sehr edel von euch. Ja, es geht. So. Ich hoffe, die schaffen das im DIRIM. Ich muss kurz schauen. Das ist nicht so gut, wenn wir das jetzt verlieren. Deshalb gehen wir nochmals nach oben. Ich muss es einfach verhindern. Weil momentan ist, ähm, es war eigentlich so wiederhergestellt und ich will es nicht schon wieder verlieren. Okay. Handelsabkommen ist, ähm, abgelaufen. So. Ich möchte Ihnen aber irgendwie helfen. Das ist schlecht, das ist schlecht, wenn wir das nochmals einnehmen. Und sogar, die sind sogar schneller. Okay, gut. Also ich kann es nicht für hinten so lange. Okay, die kommen jetzt auch. Sehr gut. Was war das für eine Entblendung? Ich weiß es jetzt nicht genau. Mist. Gibt es hier keine Dinge, was die Entblendungen gewesen sind. Ah, ich weiß es nicht. Wieso werden die Einblendungen nicht mehr angezeigt? Das nervt. So. Ich möchte gerne den angreifen. Wenn wir das schaffen. Nein, leider nicht. Die ein bisschen fernhalten vielleicht. Ne, leider auch nicht. Ja, da sind die verbündet, oder was? Ja, was macht ihr jetzt bei Derechus? Ihr müsst nicht bei Derechus bleiben. Ach, komm schon. Schaut, ihr seid so viele. Und dann wollt ihr wieder Dereen verlieren. Blöde Kai. So eine blöde Kai. Ich kann hier nichts machen. Ah, Emirim. Das ist, glaube ich, der große Trupp von den Weg geht. Ja, jetzt greifen sie direkt mal an. Ach, komm schon. Ihr seid solche Feiglinge. Schaut mal, ihr müsst nicht Derechus verteidigen. Okay, von mir aus. Ah, jetzt greifen sie an. So. Ja. Ich kann die Frau... Ich bin nicht lesbisch. Ich kann die Frau nicht heiraten. Wie viel mal ist noch? Das ist nicht so gut. Ja, und jetzt ist beendet. Tschüss. So. Alliierte. Schlachtfeld. Machen wir den Kampf noch. Diese Let's Show's Parts sind leider nicht ganz so lange. Dafür eben ein paar Kämpfe, ein paar Neuigkeiten und einfach so ein bisschen Spaß. Aber irgendwann werde ich vielleicht mal das Let's Player wieder ein bisschen weiter machen. Dann werde ich einfach so wieder einsteigen. und dann, ähm, längere Parts machen. Ich wollte nicht das Pferd angrabieren. Geht mal weg. Den hier. Ach, komm, du blöder Schoen. Ja, ich hab ihn. Wenn ich jemanden habe, dann will ich ihn auch. Oh, den hat's gelatzt. Und ich hab ihn auch. Aha. Bald hab ich 200, zwei Handwaffen. Geht's dann noch weiter? Ich hoffe schon. Ich glaub schon. Ja, ja. So. Dann haben wir nur noch hier vorne. Hm. Boah, ist das ein... 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 ein Knorz, ein... ein Sieg gar nichts mehr. Ein Wurschtel, ein Gewurschtel. Da kommt man ja gar nicht draus. Okay, dann ist nur noch hier irgendwo einer. Ja. Den haben wir auch durchgelandzt. Durchgelandster. Oh, das ist ein schönes Pferd, ich will das Pferd haben. Gib mir das Pferd, das war der Chevalier. Ich brauche einen Pferd. So, schauen wir mal. Mhm. Keine Verluste. Wirklich, keine Verluste. Okay. Gut, euch hier zu treffen, Monika Basley. Habt euch heute als einen höchstwertvollen Verbündeten erwiesen. Yay. Ihr seid nun mein Gefangener. So. Ich bin euer Gnade ausgelieft. Haltet ein, ich gebe auf. Ihr seid nun meine... Diese Maske. Okay. Ihr seid nun mein Gefangene. So, und auch noch mehr Gefangene nehmen. Und? Ja, ich habe ein Level Up, aber die anderen nicht. Ein Nomadensäbel mit Minusschwing. Oh. So. Gut. Könnte ich das schaffen, in die Stadt zu kommen? Weil ich habe ja noch die Fässer. Und wenn ich die Fässer nicht abgebe, da bekomme ich ja mega Stress mit Bravam. die sollen endlich mal Frieden machen. Ich muss den König persönlich anreden. Sie sollen Frieden machen. Aber ich möchte kurz was schauen. Diplomatie. König der Swadien. Krieg. Ich möchte kurz in Bericht, nein, nicht Anmerkungen. Fraktionen. Swadien. Ähm. Aha. Zu Wiedergutmachen feindliches Territorium. Nämlich Bravam. Äh, Dirim. Nicht Bravam. Dirim. So. Dann müssen wir aber Dirim belagern. Herzog Delina, du hast so viele Truppen. Ich hörte, ihr habt unseren Fürst König Halle erst die Tee geschwollen. Jaja. Was mach ich? Gut. Und sonst? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Okay, dann müssen wir Abdiim wieder aneinnehmen. Ich beschütze mal ein bisschen Delina. und ja, im nächsten Part werde ich dann wieder aufnehmen, wenn wir Dirim wieder einnehmen wollen. Okay. Also, danke schön für's Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.